Also ich muss unbedingt jetzt noch mal live gehen. Ich werde gerade beladen. Ihr seht, was hier los ist. Die kleinen Geräte hier flitzen hier rum, aber es gibt eine gute Nachricht. Vielleicht gibt es eine gute Nachricht, weil die Bauern sind gerade was am entwickeln. Moment, schauen wir mal die Klimaanlage aus. Ist zu laut. Sag mal gerade. Ein Kumpel habe mich gerade angerufen, die haben einen Mähraupen oder eine Mähraupe und bauen da vorne einen Gummischieber daran, dass sie wohl diesen Schlamm aus diesen kleinen Gassen rausschieben können. Erklär mal, was eine Mähraupe ist. Das kennen die meisten nicht. Ein kleines ferngesteuertes Ding mit Raupen, was halt im Gelände fahren kann und dann, ja, ein ferngesteuertes Autobroßes. Also vorne kommt ein Schild dran und dann kann ich durch die Wohnung Schlamm rausschieben. Wenn es bald genug ist, also die können auch großartig in die Wohnung rein. Also wer so ein Ding hat, ist ja völlig egal, ist kein Ideenklau, macht vorne einen Schieber dran, kommt hier hin, hier ist Arbeit ohne Ende. Und dann schild mit dem Förderbandgummi drunter irgendwas. Kleine Dinger, wäre super. Ja, also seid kreativ und gebt Gas. Bevor hier alles trocknet, beziehungsweise leider ist, glaube ich, wieder viel Regen gemeldet am Samstag. Ja. Ja. Wer hat da Patent? Okay, dann tschau. Ja. Ja. Ja.